Heute bauen wir einen Text-Effekt nach, den ich vor einiger Zeit beim Rundstöbern auf einer Portfolio-Seite auf Awards gesehen habe und das ist der Effekt, den ich meine. Das ganze Portfolio ist einfach brillant gemacht, ein Link ist unten in der Videobeschreibung, aber vor allem dieser Text-Effekt hier oben hat es mir angetan. Aber was genau meine ich denn damit? Wenn ich meinen Cursor bewege, bewege ich hier so einen Punkt mit. Das an sich ist nicht wirklich schwer und das Erste, was wir bauen müssen. Was ich aber interessant finde, ist, wenn ich mit dem Punkt hier reingehe, wird der größer. Das ist auch der nächste Step, den wir irgendwie erreichen müssen, aber was wirklich ganz schön Arbeit war, das nachzubauen oder zu verstehen, wie es genau funktioniert, ist der Effekt im Hintergrund. Und zwar in dem Moment, wenn ich hier rübergehe, sehe ich eine komplett andere Website und nicht nur ein bisschen anderen Text, sondern das zieht sich durch die gesamte Seite durch. Immer mal wieder sind Texte anders, ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel und das finde ich eine unfassbar kreative Lösung für ein Problem. Und wir wollen uns heute mal angucken, wie sowas funktioniert und wie man das reverse-engineeren kann. Und damit legen wir jetzt los. Viel Spaß! So, bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, wie immer eine Erklärung meines Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code mit meiner Standard-Entwicklungsentgebung. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, also ihr könnt genau hier starten, um diesem Tutorial folgen zu können. Hier an der Seite seht ihr Chrome bzw. Brave und eine Live-Demo von dem, was wir heute bauen werden. Alles andere, was wir heute nutzen, ist JavaScript, CSS und ein bisschen HTML. Und ja, damit legen wir jetzt auch direkt los, falls ihr Fragen habt. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu Discord. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit und überlegen mal, wie wir so einen Punkt erzeugen können. So, dann legen wir mal los mit der Frage, wie wir als erstes diesen Punkt erzeugen, der uns so hinterher fliegt, wenn ich meinen Cursor bewege. Das erste, was mir hier immer spontan einfällt, ist erstmal eine Diffbox zu erschaffen mit der Klasse Dot. In CSS können wir diese Klasse dann stylen und sagen hier zum Beispiel, wir haben eine Weite, in unserem Fall von 5 Rem. Wollen dafür sorgen, dass es ein runder Kreis ist. Das machen wir über Aspect Ratio und Border Radius 100%. Wollen natürlich auch eine Hintergrundfarbe, dass wir einen Punkt haben, in meinem Fall ebenfalls orange. Und das Ganze speichere ich jetzt. Zack, und wir haben einen Punkt. Wunderbar. Dieser Punkt kann sich aber noch nicht bewegen. Wir wollen ihn später natürlich über, ja, Translate bewegen. Das bedeutet, wir brauchen einen Ausgangspunkt, von wo wir unsere Position berechnen können. Und das ist natürlich die Ecke hier oben. Deswegen müssen wir jetzt unseren Punkt Position Absolut setzen und natürlich Top Left 0, damit er nach oben an den Bildschirmrand fliegt. Das nächste, was wir brauchen, ist, irgendwie müssen wir ja die Position bestimmen und darauf reagieren, wenn wir unsere Maus bewegen. Hierfür benutzen wir JavaScript. Als erstes holen wir uns den Punkt über Query Selector und definieren uns ebenfalls einfach ein Event, was wir benutzen wollen. Dieses Event heißt Maus Move und dabei übergeben wir hier ein Event. Dieses Event lesen wir jetzt einfach aus, um uns dort die aktuelle Mausposition zu definieren. Das ist nämlich Client X und Client Y, also die X- und Y-Achse unserer Maus. Wir können jetzt einfach sagen über Document Body Style, Set Property, die X-Position als CSS-Variable, wo wir einfach den Client X-Wert setzen. Das speichere ich mir jetzt ab. Aber natürlich brauchen wir das Ganze zweimal, nämlich auch für unseren Y-Wert. In dem Moment, wenn ich das getan habe, kann ich jetzt hingehen und unseren Wert setzen. Das machen wir wieder in SCSS und hier setze ich einfach Translate, Variable X und Variable Y. Das speichere ich jetzt ab und wenn ich meine Maus bewege, hängt dieser Cursor jetzt an mir dran. Aber das sieht natürlich noch nicht so richtig aus, weil wir müssen das Ganze modifizieren. Wir wollen nämlich, dass unser Punkt natürlich genau in der Mitte unseres Cursors ist. Das Ganze könnten wir jetzt über JavaScript ausrechnen, aber auch über SCSS und das ist auch der Weg, den ich machen möchte. Als erstes definieren wir uns hierzu eine Größe und dann denke ich mir, okay, diese Größe übergebe ich jetzt an mein Body als CSS-Variable, nämlich über Size. Wir können daher jetzt in unserem CSS-Code hingehen und unsere Weite erstmal ersetzen durch unsere Variable Size. Und jetzt kann ich unser Translate-Attribut etwas überarbeiten. Und zwar sagen wir, wir haben hier eine Kalkulation und diese Kalkulation behandelt als erstes unsere X-Position, die wir ja vorher schon kannten, und nehmen jetzt einfach die Hälfte unserer Größe mit einer zweiten Berechnung. Das Ganze brauchen wir natürlich noch einmal, weil wir haben ja einen X- und einen Y-Wert. Dann haben wir die Situation, dass ich hier wunderbar den Punkt genau zentriert ausgerichtet habe. Und wenn ich mich jetzt bewege, bewegt sich dieser Punkt wunderbar mit. Aber uns fehlt noch etwas. Wenn ich hier meinen Cursor bewege, bewegt sich dieser Punkt ja so ein bisschen verzögert wie so ein kleiner Magneteffekt mit und nicht instant. Das müssen wir auch noch bauen. Hierfür haben wir verschiedene Mittel. Ich kann zum Beispiel einfach sagen, okay, ich setze hier einen Transition 150 Millisekunden Ease-In-Out-Befehl. In dem Moment, wenn ich das getan habe, sehen wir aber irgendwie, das bewegt sich nicht so, wie wir das haben wollen. Also müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. Wenn wir das also rauslöschen, gehe ich mal in JavaScript, weil wahrscheinlich sollten wir hiermit direkt die Animation abnehmen. Das Erste, was wir uns hier nämlich definieren, ist nämlich einfach unser Dot. Den habe ich hier oben ja schon über QuerySelector.dot gezogen und wir können jetzt hingehen, den auch wirklich zu verwenden. Das Erste, was wir hier nämlich machen, ist, wir definieren genau dasselbe, was wir hier oben schon tun, nämlich einfach die Zuweisung von zwei Variablen, nämlich der X-Variablen und Y-Variablen. Das hier brauchen wir also nicht mehr, können wir löschen. Außerdem brauchen wir natürlich eine Duration, also wie lang geht unsere Animation, so ein kleines Timing und das am Ende unserer Animation stehen bleiben soll. Das ist dieses Fill-Forwards. Wenn ich das abspeichere und jetzt beginne, die Maus zu bewegen, sehen wir, der fliegt uns schon so ein bisschen hinterher. Allerdings noch nicht ganz so gut, wie die das auf der Webseite gemacht haben, aber ich denke, für den ersten Versuch ist das schon ganz in Ordnung. Wir gucken uns später mal an, wie wir das verbessern können. So, das Nächste, was wir machen wollen, ist zu erfahren, wie können wir mit dem Punkt erkennen, dass wir über Text sind und diesen Punkt dann größer machen, weil das ist das, was hier passiert. Ich gehe über den Text, der wird größer und das wollen wir relativ dynamisch erkennen und wie das funktioniert, überlegen wir uns jetzt mal. Das Erste, was wir hier natürlich brauchen, ist ein bisschen Text. Das mache ich mir einfach mal hier drunter und sage, ich habe hier eine Section. Diese Section besitzt ein P-Tag mit Change Text. Hier drin habe ich ein paar Spans und diese Spans sind teilweise Gray, damit wir eine andere Schriftfarbe vergeben können. Ansonsten speichere ich mir das Ganze jetzt mal ab und wir müssen ein bisschen stylen, damit das Ganze so aussieht, wie auf der Webseite. Als erstes definieren wir hierzu unsere Section und ich sorge als erstes mit Display Flex dazu, dass alles genau in der Mitte steht. Das sollten wir auch noch richtig formatieren. Außerdem will ich dafür sorgen, dass das 100% unsere Screens einnimmt. Das mache ich über Weite und Höhe 100 View Height bzw. 100% und speichere das Ganze ab. Unser Paragraph-Tag hier drin müssen wir natürlich auch noch ein bisschen anpassen. Als erstes einfach mal eine andere Schriftgröße und Schriftdicke. Das machen wir über Font Wide und Font Size. Außerdem möchte ich auch hier, dass alles perfekt zentriert und vor allem untereinander steht. Das machen wir auch über Flex und Flex Cullum. Wenn ich das mache, steht das schon mal alles hier wunderbar untereinander. Was wir jetzt machen können, ist natürlich noch dafür zu sorgen, dass wir hier Text Transform Uppercase haben. Natürlich kein Cursor mehr anzeigen, wenn wir da drüber sind und auch kein Margin bzw. kein Außenabstand. Außerdem mache ich das alles noch ein bisschen dichter zusammen. Das machen wir über Line Height und am Ende möchte ich hier außen überall noch so ein bisschen mehr Abstand erzeugen, dass unsere Erkennung nicht direkt funktioniert, wenn wir über dem Text sind, sondern schon etwas eher. Das mache ich hier über Padding und dann 4rem. Wenn ich das abspeiche, haben wir hier schon mal wunderbaren Text. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist die Möglichkeit, die Schriftfarbe anzupassen. Und standardmäßig sage ich, unser Text hat standardmäßig die Schriftfarbe Orange. Außer unser Span hat natürlich die Klasse Gray. Dann sagen wir, in dem Fall möchte ich gerne so einen Grauton haben. Wenn ich das abspeiche, haben wir unseren Text erzeugt. Das war nicht wirklich schwer, aber ja auch nicht wirklich die Challenge. Wir wollen nämlich jetzt hier erkennen, dass wenn wir mit unserem Punkt hier rüber gehen, dass wir jetzt eine, ja, eine Collision haben. Und dazu brauchen wir JavaScript, denke ich. Wir wollen uns eine sogenannte Collision-Funktion bauen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Wir brauchen nämlich einfach nur eine Funktion, die eine Kollision berechnet, und zwar aus Client X und Client Y. Also der aktuellen Position, die wir haben mit unserer Maus. Wir wollen ja nicht, wenn der Punkt da reingeht, sondern wenn unsere Maus da reingeht. Also brauchen wir eine relativ einfache Collision-Funktion. Und die berechnen wir so, dass wir als erstes einen Status setzen. Als Ausgangspunkt haben wir standardmäßig keine Kollision. Diesen Status returnen wir am Ende dieser Funktion. Und hierzwischen müssen wir jetzt irgendwie uns überlegen, wie das funktioniert. Wir wollen ja natürlich nicht nur diesen einen Text, sondern theoretisch alle Texte, die irgendwie auf der Webseite sind, die die Klasse, ja, Change Texts haben, sollen quasi sich verändern können und damit eine Collision auslösen. Deswegen müssen wir hier oben erstmal neben unserer Dot-Klasse auch alle unsere Change Textes abfragen. Also die Klasse Change Text nehmen wir als Ausgangspunkt über QuerySelectorAll. Das nehmen wir hier nämlich einfach von unserem Paragrafen. In dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir jetzt innerhalb unserer Funktion durch jeden unserer Texte einmal durchgehen mit einer einfachen ForEach-Schleife. Und hier ziehen wir uns einige wichtige Informationen aus unserem jeweiligen Paragraf-Objekt raus. Nämlich einmal den Top-Abstand, den Abstand nach links, die Weite und die Höhe. Und was wir jetzt machen wollen, bestimmen, ob innerhalb unserer Schleife diese Funktion irgendwo anecken. Also isOverElement. Wenn das der Fall ist, also wenn unser Element da drüber liegt, dann wollen wir Status True erstellen. Wir wollen das nicht wieder revidieren, weil es kann ja sein, dass andere Texte gerade Falls erzeugen. Was wir jetzt machen, wir überprüfen als erstes, hier in diesem Fall, ob unser Client X, also unsere X-Position der Maus, größer ist als unsere Linksposition unseres Paragrafen. Außerdem kontrollieren wir, ob unsere X-Position kleiner ist als die Linksposition und die Weite unseres Grafen. Also ob wir uns hier oder hier befinden und nicht auf unserer Fläche. Dasselbe machen wir jetzt auch noch nach oben. Also wir kontrollieren, dass unsere Y-Position größer ist als Top. Das würde dafür heißen, dass wir hier unten sind. Und natürlich noch eine Client in die andere Richtung, dass wir kontrollieren, dass unser Client Y kleiner ist als Top plus Height. Also dass wir entweder uns hier befinden oder hier oben und nicht hier in der Mitte. Wenn wir uns hier in der Mitte befinden, würde diese Funktion nun jetzt True returnen und wir könnten damit arbeiten. Was uns jetzt fehlt, hier muss ich ein LED draus machen, damit wir das modifizieren können. Und wir können jetzt innerhalb unserer Funktion hier unten, wo wir ja Maus Move Event abgreifen, auf diese Funktion zugreifen. Wir können mir jetzt hier einfach sagen, unsere Größe wollen wir mal modifizieren. Und zwar hier rüber können wir jetzt einfach die Funktion hier oben ersetzen. Wir nehmen hier einfach das mal raus, löschen das weg, weil wir haben ja hier unsere Size definiert. Und das definieren wir jetzt ebenfalls hier unten. Wir müssen noch einen Doppelpunkt da reinsetzen. Und was wir jetzt machen ist, unsere Size definieren wir hier einfach nochmal, indem wir unsere Detection Collision aufrufen und übergeben hier Client X, Client Y und sagen, wenn das True ist, also wenn wir eine Collision haben, dann machen wir unsere Size auf 350 Pixel, ansonsten 25 und das übergeben wir hier. Das hier oben brauchen wir nicht mehr, können wir also löschen. Und in dem Moment, wenn ich jetzt mit dem Punkt hier rüber gehe, wird unser Punkt groß. Das funktioniert also schon mal. Wir haben erkannt, dass wir hier eine Collision haben. Allerdings haben wir jetzt auch irgendwie so ein bisschen ein Problem, weil diese Animation, die wir hier haben, funktioniert nicht. Und das liegt daran, dass dieses Animate, was man standardmäßig in JavaScript hat, nicht so richtig gut funktioniert. Also Animate ist keine wirklich gute Funktion, um irgendwas zu animieren. Dafür gibt es bessere Tools. In meinem Fall habe ich hier ein bisschen geguckt und wir machen das einfach hier mit der Funktion mit einer Client Library, nämlich diese hier. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt und damit kann man ziemlich einfach alle möglichen Sachen animieren. Unsere Animation hier unten können wir also einfach rauslöschen, ersetzen das Ganze durch unsere Animations Library To. Und hier sage ich jetzt, ich würde gerne meinen Dot animieren. Und hier kommt jetzt rein, wohin wir animieren wollen. Und zwar einmal unsere drei Werte, die wir gerade schon hatten. Also einmal Client X, Client Y und Size wollen wir animieren. Das Ganze soll mit einer kleinen Animationsfunktion Ease sein. Und was wir machen wollen, ist eine Duration und einen kleinen Delay. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und mich hier bewege, wird unser Punkt wunderbar animiert. Und ihr seht jetzt auch, die Größe Animation funktioniert schon wunderbar. Und auch das Ganze sieht deutlich flüssiger aus als gerade eben. Und ich würde sagen, damit sind wir schon ziemlich nah an dem Ergebnis, was auch auf der Webseite ist. Wir gucken uns das aber nochmal an. Wenn ich diese beiden Sachen jetzt mal nebeneinander halte und hier rübergehe, sehen wir, wir haben wunderbar eine Animation. Und wenn ich hier drin bin und hier rübergehe, haben wir ebenfalls eine Animation. Die Zeiten stimmen eventuell noch nicht ganz. Da könnte man noch ein bisschen rumspielen und die Größen. Aber so generell bin ich damit schon zufrieden. Aber jetzt müssen wir überlegen, wie können wir das denn machen, dass wir den Text austauschen. Beziehungsweise, dass wir hier diesen Text anzeigen können, wenn ich mit der Maus hier rübergehe. Und dafür sollten wir uns die Webseite noch einmal im Detail angucken, um zu verstehen, welche geniale Idee die dort verwendet haben. Um diesen Effekt zu verstehen, müssen wir uns einmal den Quelltext dieser Seite ein bisschen genauer angucken. Wenn ich meinen Punkt hier bewege, seht ihr, die ganze Zeit bewegt sich hier etwas. Wir haben hier eine Animation und wir haben hier zwei Layer. Wir haben einmal unseren Main und hier drin haben wir einmal Layer Dark und Layer Red. Layer Red ist quasi der Schatten Layer, der im Hintergrund liegt, der maskiert wird. Und das ist nämlich das Geniale, worauf ich auch am Anfang nicht gekommen bin. Ich habe erst versucht, das mit einer Clip-Maske umzusetzen oder so. Aber nein, die waren deutlich besser. Hier hat man nämlich einfach ein Mask-Element in CSS benutzt, ein Attribut, was dafür sorgt, dass ihr eine Form, zum Beispiel einen runden Kreis benutzen könnt, um eine Maske zu erstellen, um eine gesamte Fläche abzuschneiden. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon mit Videos gemacht, beispielsweise mit den Scherben, wo wir so einen Scherben-Animationseffekt gebaut haben. Aber grundsätzlich können wir das benutzen, um quasi zwei übereinanderliegende Webseiten zu bauen, sogenannte eine Shadow Layer und einen realen Layer. Und unser Punkt ist eigentlich gar kein Punkt, sondern ein Ausschnitt aus unserem dahinter oder beziehungsweise davor liegenden eigentlichen Shadow Layer. Und wie wir das machen, gucken wir uns jetzt mal an. Okay, also wir haben gelernt, unser Punkt, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Der ist eigentlich irrelevant, weil wir animieren gar keinen Punkt, sondern wir animieren eine Maske, die wir später brauchen. Das bedeutet auch hier, unsere Animation auf den Dot sollte so nicht mehr funktionieren. Wir brauchen natürlich aber erstmal so eine Maske, beziehungsweise zwei übereinanderliegende Websites. Und das ist erschreckenderweise ziemlich einfach. In HTML müssen wir nämlich ziemlich wenig anpassen. Hier können wir nämlich einfach alles ersetzen durch zwei Main-Elemente. Diese beiden Main-Elemente sind identisch. Die eine hat die Klasse Shadow, das andere hier unten Normal. Hier habe ich dann zwei Sections drin mit halt unserem Text von gerade eben unverändert. Das speichere ich jetzt ab, aber ich formatiere es nochmal kurz richtig. In dem Moment haben wir jetzt unseren Text fertig. Und wenn ich jetzt hier scrolle, sehen wir, wir haben zwei Texte, die direkt erzeugt werden und unterschiedliche Sachen sagen. Aber jetzt müssen wir die irgendwie ein bisschen stylen und vor allem übereinander liegen und verstecken. So, dann legen wir mal los, wie wir das Ganze anpassen müssen. Wie gerade gesagt, einen Dot gibt es nicht mehr. Den können wir also löschen. Und das Erste, was wir jetzt haben, ist, hier formatieren wir das alles ein bisschen um. Wir haben nämlich jetzt ein Main-Object. Diese Main-Definition bekommt einmal unsere Color. Das kann ich jetzt also hier rauslöschen. Und wir sagen zusätzlich natürlich, dass das auch 100% in alle Richtungen sein soll. In dem Moment, wenn jetzt unser Main eine Klasse hat, nämlich Shadow, ist das unser Schatten-Layer. Dieser Schatten-Layer, den wollen wir gerne genau über unsere gesamte Webseite legen. Also Position Absolut, in jede Richtung 0, Zindex 1000, das ist auf jeden Fall überall drüber liegt. Aber wir wollen das nicht klickbar machen. Das machen wir mit Pointer Events None. Und wenn ich das jetzt abspeicher, seht ihr, unsere Texte liegen auch perfekt übereinander. Was wir jetzt machen können, ist, wir definieren uns hier erstmal noch unsere Schriftfarbe und Hintergrundfarbe. Das mache ich über Border Color, also Background Color Orange und Schriftfarbe Dunkel. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir hier, unsere Farbe sieht ganz anders aus. Und ich kann hier auch meinen Mauszeiger nicht mehr sehen, weil ich Pointer Events None habe. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir nehmen uns eine runde Form über Mask Image. Das mache ich hier einfach über Mask Image und nehme mir hier ein rundes SVG, was ich mir schnell in Adobe XD erzeugt habe. Dieser Mask Layer funktioniert so wie ein Background Image, also es darf sich nicht repeaten. Und wir müssen auch hier die Origin definieren, also wo wollen wir das definieren. Und das ist eine Content Box. Wenn ich das hier jetzt abspeichere, sehen wir, unser Layer ist verschwunden. Ich sehe jetzt hier nur noch unseren eigentlichen Hauptlayer. Und das Einzige, was wir sehen, ist hier oben unser Punkt, der genauso aussieht wie gerade eben. Aber es ist gar kein Punkt, sondern es ist unser Schatten Layer. Wir können jetzt hingehen und weiter einfach unser Size Attribut benutzen. Also zum Beispiel sagen, unsere Maß Size ist einfach an unsere Size-Variable gebeindet. Und die Position ist exakt dasselbe, was wir vorher bei unserem Translate hatten. Also wir positionieren X und Y und positionieren hier mit der Kalkulation unsere Size entgegen. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, passiert hier natürlich nichts, weil unsere Animation natürlich so nicht mehr funktioniert. Was wir nämlich jetzt brauchen, ist unser Shadow Layer in JavaScript. In JavaScript gehe ich jetzt nämlich hier oben rein und erzeuge mir hier eine Abfrage auf den Query Selector über die Klasse Shadow, wo ich jetzt eine Variable Shadow habe, die als Ausgangspunkt für unsere Animation gilt. Wenn ich das jetzt hier abspeichere und beginne, meine Maus zu bewegen, habe ich jetzt hier einen Punkt. Und in dem Moment, wenn ich hier reingehe, wechseln wir den Text, weil wir quasi in unseren Shadow Layer reingucken. Und diesen Effekt, diese Idee, finde ich richtig cool, weil es auch so eine Taschenlampe sein könnte, das Bond-Intro oder was euch damit einfällt. Ich finde die Webseite genial, ich finde den Effekt genial und ich bin immer wieder neugierig, wie andere Entwickler sowas angehen. Und vor allem finde ich das eine richtig elegante Lösung, die erschreckend gut und dynamisch funktioniert. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das bei euch einbaut. Und ansonsten, ja, bis nächste Woche, bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.